Dieser Impuls vom Universum findet dich genau zum richtigen Zeitpunkt. Mein Name ist Sio und hier kommt deine Botschaft. Deine aktuelle Rune ist Zuvelo. Diese steht unter anderem für Erleuchtung, Erkenntnis und kraftvolle Transformation. Und folgendes sagen die Karten dazu. Achte auf die 2-2-2. Es soll sich fügen, aber ein wenig Geduld ist angesagt. Sag nicht sofort Ja, lass dir Zeit. Es geht in dieser Sache, die einen Vertrag oder eine Verpflichtung beinhaltet, um die 2. Der zweite Blick, das zweite Angebot, für den ein oder anderen auch der zweite Absatz. Prüfe, worum es geht und gegebenenfalls, was da steht. Vergleiche Worte und Taten. Das Erstbeste ist hier nicht die beste Option für dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.